Yo, Freenas 10 RC1, endlich ist es da. Es wird wohl auch nicht mehr allzu lange dauern, bis das Release da ist. Es ist für übermorgen eigentlich angekündigt, am 15. März 2017. Ich bin mal gespannt, es sind noch knapp 18, ich glaube ehmals 18 Bugs, die noch im Bugtracker offen waren. Ich glaube aber, dass sich das noch ein bisschen verschieben sollte. Die sollten lieber noch ein bisschen testen. Also das Interface, das neue Webinterface funktioniert eigentlich schon sehr gut im Vergleich zum Oktober 2016, wo ich das zuletzt in der Beta-Version getestet habe. Aber ich glaube, hier muss ich noch ein bisschen was tun. Ja, das Webinterface, wie gesagt, neu, zusammen mit der Konsole. Also es gibt jetzt hier ein Command-Line-Interface, das ist speziell Freenas optimiert. Das ist ein Freenas eigenes Interface, also kein Bash, keine C-Shell, nichts dergleichen, sondern man kann hier sich halt durch die Konfiguration durchtabben. Interfaces, was gibt es denn jetzt hier? Also jetzt muss ich ein Interface auswählen, oder ich kann mal sagen Show. Also hier gibt es dann mit einem doppelten Punkt kann man dann zurückgehen. Also ich finde es äußerst intuitiv und in den allermeisten Fällen sogar einfacher zu benutzen als das Webinterface. In einigen Fällen nicht, denn wenn man Properties zum Beispiel editieren muss, ist es über das Webinterface in den meisten Fällen einfacher. Aber was ich festgestellt habe, ist, dass auf jeden Fall, dass, ich zeige das jetzt hier gerade mal, dass auf jeden Fall, dass dieses Command-Line-Interface zuverlässiger ist. Ein ganz einfacher Fall, ich habe das auch schon als Bug reported. Ne, hier bin ich falsch. Und zwar muss ich in die Bridge reingehen. Die Bridge hat halt ganz normale Members, das sieht man jetzt hier auch. Und zwar Bridge-Members ist VLAN-0. Wenn ich jetzt hier aber das Pendant im Webinterface aufrufe, das hier ist die Bridge, die ich gerade im Command-Line-Interface offen hatte. Und hier sieht man den Members des VLAN-0 einfach gar nicht drin. Das habe ich aber auch schon als Bug reported. Ich hoffe mal, dass das bis zum Release dann auch weg sein sollte. Weil VLAN ist absoluter Standard. Also muss man können. Gar keine Frage. Ansonsten ziemlich snappy. Funktioniert gut. Ich habe eigentlich nur wenige Fälle gehabt, wo es mal nicht oder schlecht funktioniert hat. Im Speziellen, wenn man ein Update gerade des Freenas-Systems durchführt, da ist das Interface leider sehr, sehr träge. Vielleicht wäre das aber höchstwahrscheinlich sogar besser, wenn man das nicht auf einem USB-Flash-Drive installieren würde, sondern auf einem vernünftigen SSD-Datenträger zum Beispiel. Ansonsten, ich habe hier halt jetzt ein i7-2600 mit 16 GB RAM. Das ist schon ein etwas älteres System, aber immer noch sehr schnell. Und der Client ist also auch nicht so schlecht. Insofern merkt man das hier aber auch. Also die Oberfläche reagiert auch schon sehr schnell. Dann will ich was sagen. Free IPA oder Free IPA, wie auch immer man das aussprechen mag. Das ist etwas, was jetzt hier integriert ist. Der Directory Services kann man das hier konfigurieren. Und das habe ich jetzt auch mal getan. Und ganz schnell waren dann auch hier die Benutzer aufgelistet, genauso wie die Gruppen, die aus diesem Verzeichnisdienst rauskommen. Und war leider dann aber nicht unbedingt in der Lage, mich dann direkt mit SSH zu verbinden, mit einem dieser Benutzer. Was aber glaube ich daran lag, dass halt in dem Free IPA Directory Service dann bei diesem Benutzer einfach eine Shell hinterlegt, weil die hier auf dem System nicht existiert. Und eine C-Shell war das. Ich glaube deswegen hat der Login nicht funktioniert, aber auch leider hat für mich zumindest die Freigabe, die ich darauf gebaut habe, nicht funktioniert. Ich war dann hier zwar schon in der Lage, bei so einem Share dann hier die Benutzer auszuwählen. Bei den Permissions musste ich zwar dann hier nach suchen, weil in der Liste tauchten die auch nicht, aber in dem Moment, wo ich danach gesucht hatte, tauchten sie dann auf, konnte ich sie auswählen und hat ja auch gespeichert. Das hat nicht so alles funktioniert, aber das weiß ich nicht, ob es jetzt an mir lag. Das war nun ein etwas rudimentärer Test. Hier nochmal kurz einen Blick drauf geworfen auf meine Topologie. Ich habe halt hier vier Festplatten drin, falscher Knopf, und habe die in zwei Mirroren zusammen mit einer SSD als Cache. Habe hier halt ausgewählt, dass der ein möglichst schnelles Dataset anlegen soll, und hat dann das daraus fabriziert. Also kein RAID C1 oder RAID C2, sondern halt diese zwei Mirroplatten. Und naja, ich habe bisher noch keine richtigen Benchmarks laufen lassen, aber über einen SMB-Share habe ich etwa 80 MB schreibend gehabt und etwas über, ich glaube, 95 MB lesend in etwa werden das gewesen sein. Und ja, das mit dem Free Iper klingt zumindest hitverdächtig. Mal gucken, wie es sich in der Praxis bewährt. Dann etwas, was ich jetzt hier leider nicht zeigen kann, aber wo ich gerne dann auch noch ein Wort zu verlieren wollte, ist IPFS, das Interplanetary File System. Finde ich sehr vielversprechend. Leider ist es noch nicht eingebaut. Ich habe im Forum nachrecherchiert, es ist geplant gewesen für VM Publish, dass man hier VMs, die man sich selbst kreiert, dann über IPFS publishen kann. Das haben die aber leider, selbst nach dreimaligen separaten Versuchen, nicht hinbekommen, das damit zu realisieren. Und haben auch mit den Kollegen von IPFS Kontakt gehabt und konnten es aber noch nicht wirklich in die Tat umsetzen. Des Weiteren soll es hier auch noch einen Infile, oder wie hatten wir es genannt, einen Browser geben, der hier im Webinterface im Prinzip die Dateien und Verzeichnisse anzeigen soll. Und über das soll man dann eben auch einzelne Dateien oder ich glaube auch Ordner dann im IPFS freigeben können. Dann kriegt man den Hash und kann den publishen und dann können die Leute darauf zugreifen. Also ich bin da mal sehr gespannt, was da noch kommt. Was ich halt jetzt schon wirklich vernünftig testen konnte, ist die Virtualisierung. Für mich halt auch eines der Key Features, weil man hat ZFS unten drunter. Sehr geil. Man kann Snapshots machen, man kann replizieren, man kann so viel Scheiß machen. Das ist echt der Hammer. Und man hat jetzt halt hier ein wunderschönes, wie ich finde, Interface bekommen, um sich neue Systeme anlegen zu können. Da kann man aus einigen Templates draus auswählen. Man kann hier halt auch eine etwas kompliziertere Netzwerkkonfiguration, in diesem Fall hier sogar ein Netzwerkinterface mit WLAN-Tagging und mit Bridging kann man hier konfigurieren, was man dann hier auch für die einzelnen VM-Gäste eben nutzen kann, um die einzelnen Netzwerkschnittstellen, die man der VM zuweist, dann auch in die entsprechenden Netze reinheben zu können. Funktioniert einwandfrei. Ich habe also jetzt meine ganzen Gäste, die hier über Beehive laufen, dann direkt im lokalen Netz drin, ohne dass ich da rumnatten müsste. Das will ja keiner. IPv6 funktioniert im Übrigen auch. Gar kein Problem. Also jetzt nicht im speziellen Hinblick auf die VM-Gäste, sondern überhaupt aus Freenas. Und ja, hier kann man eben auch, was auch extrem geil ist, über das Plan9-File-System kann man dann Verzeichnisse, die hier im Freenas, im ZFS-Dateisystem sich befinden, kann man dann den VM-Gästen geben. Und hier kann man dann über Mount-T9P war das, oder 9P, glaube ich, war der Dateisystem-Typ, kann man dann diese Volumes, die man hier quasi definiert, über den Volumenamen, dann in den Gast reinmountain. Und dadurch, dass das über 9PFS läuft, was mir zumindest erst auch seit Freenas 10 bekannt ist, obwohl es, glaube ich, schon was Älteres ist, soll das also auch deutlich schneller sein, als würde man das beispielsweise hier per NFS oder SMB tun. Im Forum habe ich Zahlen oder Faktoren gelesen, von 5 bis 20 Mal schneller soll das dann sein. Das konnte ich jetzt noch nicht testen, aber die Kombination finde ich großartig, weil ich kann hier jetzt auch, was weiß ich zum Beispiel, das ist hier auch mit vorhanden, kann ich hier auch zum Beispiel ein PFSense-Template nehmen, und dadurch, dass ich hier ein Sophisticated-Network-Setup habe, kann ich dann also auch verschiedene Netzwerkkarten da mit reinnehmen und da richtig ekelhaften Scheiß machen. Und das alles, weil man hat die Hardware da ja liegen, der File-Server, der hat in den meisten Fällen ja schon ordentlich was an Leistung und dann eben noch so einen Router mit drauf laufen zu lassen, den man sonst dann eben auf einem Dedicated-Device laufen hat, das man dann wegfallen lassen kann, finde ich super geil. Genauso aber auch andere Sachen, hier Smoke, Ping, was weiß ich nicht was. Und wem die Sachen, die hier über die Beehive-Virtualisierung zur Verfügung gestellt werden, wem das nicht reicht, der hat dann immer noch Docker. Und hier Alpine Linux, ein schmales Busybox-basiertes System, Send2S, hier kann man echt die geilsten Sachen machen. Da habe ich jetzt nur mal rumgespielt hier. Auch diese Systeme kann man dann vernünftig in die Netzwerkkonfiguration einbinden. Hier ist zwar noch Exposed Ports eingeschaltet, das ist halt so ein Nutting, wo man eigentlich dann über die IP des Freenas selbst dann mit den Ports, die hier eingestellt sind, dann auf die entsprechenden Dienste zugreifen kann. Aber im schlimmsten Fall hätte man dann Doppelnut, wenn man aus dem Internet kommt, über IPv4. Deswegen konnte man hier aber zum Glück auch Bridging einstellen. Dadurch habe ich dann eben auch die Sachen, die ich hier konfiguriert habe, direkt in meinem Netz drin und finde ich wesentlich bequemer. Bin ich also auch sehr überzeugt von. Das ist natürlich eine sehr schmale, schlanke, hoffentlich performante Sache. Das konnte ich noch nicht so wirklich testen, aber es ist zumindest sehr vielversprechend. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ein Docker, habe ich gesagt, zwei Wege Replikationen soll es geben. Das heißt, man kann halt ein Share oder ein Dataset, Share ist Blödsinn, also so ein Dataset kann man dann auch mit einem anderen Freenas-System replizieren. Zwei Wege Replikationen also. So ein bisschen wie so ein Cluster-Dateisystem, stelle ich mir das vor. Ich konnte es mangels verfügbarer Hardware noch nicht wirklich testen. Ich finde es aber hochinteressant, gerade auch für Hochverfügbarkeitssysteme scheint das echt eine gute Möglichkeit zu sein. Ein paar Ekte hatten ansonsten noch, das Freenas 10 basiert auch auf FreeBSD 10. Ich glaube 10.2 oder 10.3, ich konnte es nicht genau herausfinden. Ich habe da unterschiedliche Angaben gefunden. Im Gegensatz zu Freenas 9, das basiert auch auf FreeBSD 9. Und da hat sich also schon was getan. Das Webinterface ist erneuert worden. Die Middleware, die dazu gehört, ist erneuert worden. Man hat hier also, so wie die das versprechen, asynchrone Datenverarbeitung. Das heißt, ich klicke hier irgendwas an, ich ändere was. Ja, ich mache jetzt hier mal irgendwo, kann ich hier mal was machen. Nein, Dashboard nicht. Services, Management. Glaubt gar nichts. Ja, manchmal lag das halt auch ein bisschen. Also, wie gesagt, das ist halt nicht in allen Bereichen schon einwandfrei. Einwandfrei, aber das wollte ich jetzt gerade, da wollte ich gar nicht drauf hinaus, sondern ich wollte eigentlich mal so tun, als würde ich eine Änderung machen. Dann geben wir nochmal hier mal was Leichtes. Preferences, jetzt nennen wir das nicht mehr Freenas.local, sondern Freenas2.local. Und dann reiht er das hier als Task ein. Und das dauert manchmal länger, als es jetzt gerade hier gedauert hat. Aber trotzdem kann man dann weiterarbeiten, beziehungsweise es können auch unterschiedliche Leute parallel hier dran arbeiten, egal ob Klee oder Gui. und das kommt sich gegenseitig nicht in die Quere. Und selbst wenn jemand noch Fremdes hier drauf arbeitet, der auch gerade was verändert und man selbst aber gar nicht jetzt zum Beispiel was ändert, dann sieht man aber auch die Änderung des anderen als Task hier aufgeführt. Also, das Handling ist wesentlich geiler geworden. Unterm Strich kann ich nur sagen, ich bin sehr gespannt auf das Release. Leider kann man im Moment noch nicht von einem Freenas9 auf einen Freenas10 migrieren, wenn man eine verschlüsselte Partition hat. Das geht wohl noch nicht. Für unverschlüsselte Sachen geht es wohl schon. Man sollte ein bisschen aufräumen. Man sollte die alten Snapshots entfernen, die man nicht mehr unbedingt braucht, weil sonst könnte das Update sehr, sehr lange dauern. Die Jails gibt es im Freenas10 nicht mehr. Deswegen muss man schauen, dass man die migriert. So wie ich das verstanden habe, werden aber die Data Pools, also die dazugehörigen Datenträger, die man für die Jails verwendet hat im alten System, die werden zumindest mit migriert. Das habe ich so im Forum zumindest verstanden. Und naja, wie der Migrationsprozess aussieht, das weiß ich noch nicht. Ich habe den geplant für, naja, schon noch für die erste Hälfte dieses Jahres. Ich will unbedingt auf dieses System umsteigen und bin Feuer und Flamme, dass das auch gut funktioniert. Und ich hoffe, dass ich vielleicht über die eine oder andere Funktion, die diese Killer-Applikation, diese fantastische Software bietet, noch machen kann. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß damit. Wenn es noch Fragen gibt, nur her damit. Wenn es ansonsten Anregungen gibt, auch positive Kritik, konstruktive Kritik, freue ich mich immer drüber. Lasst nur das flamen, das ist echt scheiße. Ansonsten wünsche ich viel Spaß mit der Software. Ciao! Oh! 1 1 1 2 2 4 5 7 6 8 9 10 11